Wenn wir entmutigt sind, frustriert, wenn unser Glaube irgendwie angegriffen ist, dann ist der Feind ganz schnell dabei, um uns mit seinen Waffen zu schlagen. Er will uns immer in unserem Wandel mit Jesus entzweien. Er möchte uns immer im Glauben abdrängen und er möchte uns wirklich davon abbringen, unseren Glauben noch weiter auszustrecken als das, was wir bereits erreicht haben. In der Bibel steht, dass wir ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das muss uns bewusst sein, dass wir uns in einem geistlichen Kampf wiederfinden. Das Wort Gottes und unser Gebet, unser Sprechen mit Jesus, unser Austausch mit dem Heiligen Geist, das sind zwei Grundfesten, die uns halten, die uns stabil werden lassen, die uns durchtragen durch solche Glaubensangriffe. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass in dem Leben von Petrus es eine ähnliche Situation gab. Aber bereits vorher, bevor diese bedrängende Situation eintrat, gab es von Jesus für Petrus ein ganz entscheidendes Wort. Das möchte ich dir vorlesen. Da steht, ich habe, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Das war ein prophetisches Wort, das Jesus Petrus gegeben hatte. Es kam, bevor Petrus überhaupt in eine schwierige, brenzlige Situation kam. Es kam von Jesus, bevor Petrus Jesus verleugnet hatte. Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das ist die Absicht des Feindes, unseren Glauben zum Stillstand zu bringen, unseren Glauben zu unterlaufen, unseren Glauben einzuschränken, unseren Glauben zu dezimieren. Aber Jesus hat gebetet für Petrus, damit sein Glaube nicht aufhört. Und das ist ein Wort für uns, das ist ein Wort für dich, ganz speziell heute. Wenn du in einer Glaubenskrise bist, wenn du gedacht hast, oh, ich habe mich da nicht richtig verhalten, ich hätte was sagen müssen über meinen Glauben, ich hätte ein Zeugnis sein müssen, ich hätte mich mehr ausstrecken müssen im Glauben, dann sage ich dir, Jesus hat das alles gesehen. Er hat für dich gebetet, er betet jetzt für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und es kam zu einer neuen Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Es gab eine neue Chance, es gab ein neues Zusammentreffen und es gab einen Neuanfang. Nicht die Frustration, nicht die Enttäuschung waren es, die geblieben sind, sondern es kam zu einem neuen Glaubensfundament. Und Jesus hat dann später zu Petrus gesagt, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Es gab später einen neuen Anfang mit einer noch größeren Vision, die Petrus weitergebracht hat. Nimm einfach heute dieses Wort für dich, dass Jesus gerade jetzt für dich, für deinen Glauben, für deine Situation betet, dass er nicht aufhört zu beten. Er hat für Petrus nicht gebetet, dass er nicht in Versuchung kommt, sondern dass sein Glaube aufsteigt, dass sein Glaube bleibt. Und das ist etwas, was ich dir wünschen möchte, was ich dir zusprechen möchte, was ich als wirkliche Vision für dein Leben aussprechen möchte, als eine Proklamation. Jesus betet, dass dein Glaube nicht aufhört. Gott hat mehr für dich.